Muss man sich arbeitslos melden? Das ist unser heutiges Thema in unserem Video. Hallo zusammen, mein Name ist Christian Klages, ich bin Partner der Kanzlei KGK aus Köln-Rodenkirchen. Ich habe es eingangs gesagt, heute geht es um die Frage, muss man sich arbeitslos melden? Die Antwort ist kurz und klar, ja muss man, weil man sonst Nachteile befürchten muss. Geregelt ist das in § 38 SGB III, dort steht, dass man sich unverzüglich nach Bekanntwerden des Verlustes des Arbeitsplatzes bei der Agentur für Arbeit, wichtig, so heißen sie heute, nicht mehr Arbeitsamt, sondern offiziell Agentur für Arbeit, arbeitslos melden muss. Was heißt unverzüglich? Unverzüglich heißt unter uns Juristen immer ohne schuldhaftes Zögern. Übertragen auf den Fall der Arbeitslosmeldung heißt das, man muss innerhalb von drei Tagen nach Erhalt einer Kündigung eine Arbeitslosmeldung abgeben, um eben keine Nachteile befürchten zu müssen. Was heißt das? Nachteile befürchten, das heißt in der Regel, wenn man sich verspätet meldet, verhängt die Agentur für Arbeit eine Sperrzeit. Das kann eine Woche sein, das kann aber auch bis zu drei Monate gehen. Das sollte man also vermeiden, indem man sich am besten sofort am nächsten Tag nach Erhalt der Kündigung, spätestens aber drei Tage danach bei der Agentur für Arbeit arbeitslos meldet. Der Arbeitgeber muss euch für diesen Tag, für diesen Termin bei der Agentur für Arbeit freistellen. Darauf habt ihr einen Anspruch und wenn der Arbeitgeber das verweigert, weist ihn darauf hin, zeigt ihm von mir jetzt auch unser Video hier, der muss euch freistellen. Häufig ist es so, dass man ja eine längere Kündigungsfrist hat und dann auch nicht so genau klar ist, wann man sich denn arbeitslos melden muss, wenn man ja erst in ein paar Monaten tatsächlich arbeitslos wird. Da ist es wichtig, dass man sich spätestens drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also vor Ablauf der Kündigungsfrist und vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit bei der Agentur für Arbeit meldet. Also mal erhalten fest, unverzüglich, das heißt drei Tage nach Erhalt einer Kündigung oder aber eben spätestens drei Monate vor Eintritt in die Arbeitslosigkeit. Das ist wichtig, um da eben keine Nachteile zu befürchten zu müssen. Wie erfolgt oder wie meldet man sich arbeitslos? Wichtig ist, dass man sich höchstpersönlich meldet. Man muss also, das lässt sich nicht vermeiden, dort vorstellig werden bei der Agentur für Arbeit. Das ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Arbeitslosmeldung. Manche Behörden lassen es auch schon mal gelten, dass man zunächst einmal irgendwie schriftlich mitteilt, dass man arbeitslos ist oder wird und dann den Termin später macht. Wichtig ist, sich sofort an die Agentur für Arbeit zu wenden. Ihr könnt dort auch anrufen oder auch auf der Homepage der Agentur für Arbeit mal schauen. Manche Behörden bieten das an, dass man denen erstmal so eine formlose Mitteilung per E-Mail oder per Ausfüllung eines Formulars die Arbeitslosmeldung mitteilt. Habt ihr Fragen zu diesem Thema oder zu anderen rechtlichen Fallgestaltungen, könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir haben hier unten unter dem Video unser Kontaktformular auf unserer Homepage verlinkt. Einfach auf den Link klicken, uns die Fragen stellen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ansonsten könnt ihr wieder immer uns, ich glaube hier unten rechts ist es, abonnieren. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir neue Videos online gestellt haben. Das passiert in der Regel zweimal die Woche. Bleibt also dran, wir würden uns freuen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.